Musik Und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von Wild Games Fighter X Edition i3-92 im Story-Modus Stage 5 Chaos und Verrat mit Timothy Lloyd Das wird eine ziemliche Herausforderung Ja, das ist der vorletzte Level, dann kommt der finale Boss Gut, beim finalen Boss hat man aber nur einen großen Brocken Hier hat man den Chaos, man hat den Johnny Wie wird der Timothy darauf eingehen? Und die Asteria und er als Nahkampf Also als Nahkämpfer Das kann ja was werden Also ich werde da wohl viel rumlaufen Da werde ich hier wirklich solche Farbenmuskeln kriegen Also, dann legen wir los Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich brauche Nur ein Stück, beim zehnten klopft's Was? Johnny? Was tust du denn hier? Ihr steht nun auf der Seite der Macht Du sollst dich lieber ergeben, Kleiner Nein, das kommt nicht in Frage Auch wenn ich euch dafür besiegen muss An diesen Worten wirst du ersticken Hamana, Hamana, Hamana Shoshugi Okay, wie machen wir das? Hehehe, da kommt schon der Schrott-Tornado Also die machen wahrscheinlich auch ein paar normale Angriffe Und dann, zack, einen Spezialangriff Oh je Äh, okay Die sind ja eher langsam Fucky Hups Wo bin ich? Ich hänge an der Laterne fest Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne Geh auf, mein Licht, geh auf Mein Licht, aber nicht Oh Ich hab sie eingesperrt Ich hab sie eingesperrt Ach super Für einen kurzen Moment konnte ich sie hier festhalten Hehehe Aber die Asteria Die ist halt noch dann vorbeigelaufen Das wär so cool Die folgen mir also wie so Zielthron Hehehe Jikes Huhui Wenn ich das hinkriegen würde Dass ich die alle irgendwie hinter der Laterne festhalte Das wär cool Hehehe Autsch Ähm Ich dachte gerade, wieso bewege ich mich? Ich dachte, ich wäre eigentlich tot gewesen Aber nee, das hat mich nur zur Seite geschoben Ja Jetzt bin ich tot Okay Irgendwie Es wird wahrscheinlich umso mehr Schwieriger sein Aber das wär cool Wenn ich die alle hinter der Laterne hier festhalten könnte Wenn ich weiß Es gibt die Methode Dann will ich das benutzen Dann will ich das mal ausnutzen Haha Ha 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 Autsch Puhui So Die beiden Nein Alter Dreifachtreffer Das ist doch mal was He 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 Moment Ich muss meinen Koffer errichten Ja, halt du mal deine Chaos-Energie zurück Mein lieber Chaos Zum Glück gehen die immer nur gemächtig an den Spaziergang Und wollen nicht rennen Alter Falter Hamena 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 Ich trau mich nicht mal mit normalen Angriffen hier was zu machen Weil ich denen zu Eieiei Zu nahe kommen würde Hamena 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 Autsch He he Bleib doch mal ein Flächenangriff Aber der kommen die mir ja so viel So schnell nahe Ja Und dann passiert nämlich genau der Kack Hamena 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 Wenn ich zumindest einen von denen mal erledigen würde Ja Weah He 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 Okay 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 Ich hab's im Gefühl Ich hab's im Gefühl Der Johnny ist bald nicht mehr Hamena 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 Ich bin auch bald nicht mehr. Wenn es so weiter geht. Jax! Das ist möglich, dass ich mich einfach dahinter verstecke. Oder? Moment. Tut mir leid, weißt du, aber ich muss das ausprobieren. Ja, es ist machbar. Ja, die Astere kann mich erwischen. Aber ich kriege auch viele Treffer ab. Der hört ja gar nicht mehr auf mit seinem Shot-Tornado. Man kann... Ich konnte ziemlich viele Treffer hinkriegen, ja? Okay, ich bin aufgeschmissen. Jax! Ah, Johnny, die gibt mir hier den Gnadenstoß. Deshalb ist die Astere ja da. Wenn man nämlich das hier ausnutzen würde, kann sie einen nämlich einfach mit dem Angriff hier erwischen. Und sobald man halt zur Seite geht, ja? Sobald man zur Seite geht. Autsch! Dann kann sie nämlich einen damit erwischen. nein 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 oder ist es die erste herr die mich mit dem ganzenangriff angreift das ist erst hier oder das ist der chaos mit der klaus machte die explosion er von denen macht ein special er macht die explosion der schon die macht den schotter und sie macht den peitschenhieb ouch der wischte mich hier noch nein hallo lass mich vorbei schätzelein also schade dass dieser angriff der schalterseite mit seinen einkauf wenn ihr so weit kommt wieder beteiken aber das kann ich mir merken das kann ich mir vielleicht mal merken mit anderen charakteren ich sehe es wirklich nicht feierlich zwei sind schon zu viel okay alle drei getroffen ouch ja ja ich wollte gerade die gang schaltung reinlegen um mich zu organisieren ich dachte gerade tut jetzt der chaos die der chaos kann sie also auch aufhalten indem er einfach wenn er seinen angriff macht blockiert ist er ja steht er ja still und dann können sie auch nicht an ihm vorbei okay der johnny hat jetzt ein bisschen was abgekriegt das wird auch die die art und weise wie man daran geht dass man versucht die so weit wie möglich voneinander wegzulocken ja damit man eine nach dem anderen bearbeiten kann so stück für stück rück gehabt genau jetzt hatten haben nämlich wieder chaos und schon etwas abgekriegt er hat mich doch ja darf doch rein lauf doch rein die jahre ja die reiweide da werde ich dachte wenn ich durstig das habe ich ouch das ist eigentlich wieder so ein spiel wo ich mich total konzentrieren muss ja schlägt er mir machen zu jetzt haben wir schon immer ein bisschen langweilig mann oder ein treffer hat er hatte sie gerade selber verletzt oder war ich das mit meinem angriff nein neina mag War klar, war klar, dass da jetzt hier der Lichtpfeil kommt. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ich hab den richtigen Ansatz. Und was macht der denn? Ich war drin, ich war drin, aber er hat mich nicht erwischt. Autsch, Autsch, Autsch. Hamener, Hamener, Hamener. Ja, das ist keine gute Idee, weil ich zu lang fixiert an einem Punkt stehe. Autsch, 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 Autsch. Das kann nicht gut werden, oder? Okay, den Johnny kann ich mit draufschlagen, hier erledigen. Aber auf lange Zeit geht das nicht gut. Autsch, 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 Autsch. Nein. Danke. Autsch, Autsch, Autsch. 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 Wenn ich den Johnny bewege, könnte ich dem Angriff entgehen, wäre da auch schon eine Möglichkeit. Sozusagen im Auge des Sturms, naja, wahrscheinlich nicht. Autsch. Alter Falter. Autsch. 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 Das wäre ja wirklich so, man kann ja zwischen den Charakteren wechseln, ja. Man kann zwischen den Charakteren wechseln. Aber ich will ja versuchen, wirklich einen Run immer mit einem Charakter zu machen. Ach, ich bin aufgeschmissen. Hä? Ich habe jetzt den Dialog erlebt. Ihr könnt jetzt also auch einen anderen Charakter nehmen. Aber ich will den Enddialog auch erleben. Ich laufe mehr weg, als dass ich Schaden mache. Nee, nee, nee. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und dieses Ziel will ich auch erreichen. Egal, wie lange es dauert. Das hat eine Reichweite, beziehungsweise ist der so breite Angriff. Sicher. Genau, wo ich gerade vorbeilaufe, kommst du mit dem Angriff. Da müsste der Brechstange hier auch nicht viel ausrichten. Ja, ja, ja. Wirklich, dieser Flächenangriff ist nur gut gegen die kleinen Gegner, die nicht auf einen Zug rankommen. Also solange sich der Johnny nicht bewegen kann, bleibt sein Tornado ganz oder wie. Verstehe ich das richtig? Ich werde nie versuchen, da einen No-Hit-Run zu machen. Könnt ihr so vergessen. Der wird nicht mehr geföhnt, als ein Pude nach dem Bad. Der macht ja auch so ein Teufekt, der. Der Timmy-Fie. Ah, das ist so viel Blut, das kriegt man bei der besten Reinigung nicht mehr raus. Was soll ich denn tun, was soll ich denn tun, was soll ich denn tun? War klar und ich bin trotzdem eingelaufen. Nee, das kann nicht gut gehen. Auch wenn ich einen von denen erledigen würde, hätte ich dann so viel Schaden erlitten. Ja. Dass sich diese Strategie nicht lohnt. Vielleicht ist die Idee, die einfach so nach links und rechts zu locken. Wie weit nach oben kann ich gehen? Ziemlich weit. Autsch. Ich, dass das mich auch noch wegschubst. Find ich schon nervig. Ich versuche gerade doch wirklich, mich mehr zu konzentrieren. Und ansonsten wird es, glaube ich, nicht klappen. Ich versuche gerade, dass das mit anderen Charakteren sein. Und das ist wirklich einfach mit dem Timothy so besonders anstrengend, weil er halt ein Nahkämpfer ist. Weil ich meine, sogar mit dem Daiken war es einfacher gewesen. Von. Von. 20 Minuten. Ich sitze hier schon 20 Minuten dran. Gut 21. Was er bisher geschafft. Einmal den Johnny besiegt, aber auch nur hier mit feste, feste Truf hauen. Kloppe, kloppe hier bis zum Schoppe. Jedes Mal, jedes Mal renne ich in diesen Angriff rein. Ich kann das mir an zwei Händen ablesen, wie oft ich das schon gemacht habe. Wenn ich weit genug weg stehe, wenn sie das machen, dann habe ich auch noch Zeit wegzulaufen. Das ist vielleicht die Idee. Weil das hat ja so eine Startzeit, die ein bisschen braucht. Genau, ja, doch, 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 das kann es sein. Das kann es sein. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon annehmbar aber raus. Ja, trotzdem musst du mich erwischen. Du, uh, ich könnte was sagen, aber sie wird ja halt vom Bösen kontrolliert. Dafür kann die nichts. Moment, ich habe Johnny Kraus schon besiegt. Das ist also die Strategie. Mit genug Abstand hier den Curse immer wieder machen. Alles klar. Alles klärische. Und sozusagen sie in die Falle locken. So einfach kann es sein. So einfach. Diese finstere Macht beeinflusst gute Kämpfer. Sie muss unbedingt gestoppt werden. Aha. Jo, Konfrontation. Was sage ich? Mache ich das immer noch in dem Part? Ich glaube, ich mache einen extra Part, weil, wenn es hier schon so lange gebraucht hat, wird es wahrscheinlich beim Finalen Bosskampf nochmal so lange dauern. Aber hey, jetzt habe ich schon eine, jetzt habe ich eine bessere Idee, wie ich es mache. Die Gegner, die verlocken in die Dunkelheit, wo sie die Xen ab und bei nicht mehr fühlen werden. Also dann, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von World Games Fighter X Edition gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love the entertainment you. Tschüss. Dann good bye. Und herzlich willkommen zu euch, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von World Games Fighter X Edition, der 93 Turbo, im letzten Teil. Chaos und Verrat. Ach, die Stage kann ich gar nicht auswählen, mit dem Timmy viel geschafft. Ich habe viele Anläufe gebraucht, bevor ich endlich verstanden habe, wie ich den Fluch zu meinem Nutzen nutze. Um sie zu erledigen, weil der ja so eine Zeitverzögerung am Anfang ist, also bevor es richtig losgeht, muss ich aber nur mit genug Abstand stehen und vielleicht kann ich diese Strategie sogar beim finalen Boss nutzen. Weil der sich ja auch langsam bewegt. Naja, da kommen sie ja schon, die Panzer. Habe ich den Curse noch? Nö. Haben wir na, haben wir na, haben wir na. Alle hinüber, alle hinüber. Eieiei, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich bin tot. Ich glaube, da tue ich, ich lebt sie. Dann nehme ich lieber wieder in Chaos, wo wir mal rein? Äh. Alter, da kommt hier mal der Prästar an mich, du weißt, das ist ein Problem. Autschi. Hey, hey, hey. Das war jetzt auch gut gewesen. So. Bewegen können sie sich jetzt nicht mehr, die sind zu massig. Ähm. Wollt ihr denn unsere Panzer hin? In meinem Fluch sind sie ertrunken. Ich weiß, es wäre schwierig gewesen zu programmieren, aber es wäre doch irgendwie cool gewesen, wenn jeder Charakter nochmal so eine ganz besondere Eigenschaft hätte. Zum Beispiel der, äh, zum Beispiel der Timothy, dass der wirklich mit seiner Brechstange hier Gegnerkuss betäuben kann. Oder ist das im Grunde schon sein Effekt? Weil ich meine, der schlägt sie ein bisschen zurück. Ja. Ja, der schlägt sie ein bisschen zurück und dadurch kann man immer wieder sie erledigen. Bade bim, bade mum, bade bäm. Hm? So, jetzt kommen hier wieder die, die, die Goat Riders. Hm? Haben wir da, haben wir da? Mal sehen, ob ich sie alle mit einem Schlag erledige. Ja, zwei von ihnen zumindest schon mal. Und der Nächste. Haha, 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 haha. Hier sage ich, wenn der finale Boss jetzt wieder leichter ausfällt als der andere. Gut, nun bin ich ja wieder ein bisschen schlauer. Legen wir los! Wenn ich jetzt hier wieder fünf Minuten brauche, dann mache ich jetzt einen anderen Part noch dran. Hm. Welche eine finstere Gestalt. Aber wir dürfen nicht gegen sie verlieren. Oh, mit den Krippel-Crawly-Crawly-Ballen. Hammena, hammena, hammena. Ja, er ist in der Reichweite, aber ich auch. Und? Hm, Schaden tue ich ihn nicht. Gut, dieser Laser sollte mich jetzt nicht mehr treffen nach dem Update. Ach, dieser Zielangriff kann mich noch erwischen. Aber so nicht, oder? Und er ist sogar noch im Fenster. Hey, bleib hier! Wenn du wechselst, dann wechsle ich auch. Die Seite ist so schön sonnig. Ja, ich mache jetzt vorsichtig. Ich mache vorsichtig. Ähm, schadet das ihm? Hallo? Äh, ja, es trifft mich aber auch. Autsch. Gut, da war ich jetzt wirklich mitten im Laser drin. Also kein Wunder, dass er mich erwischt hat. Vielleicht verpöre ich doch erstmal die andere, eine andere Strategie. Jetzt macht er die Stampfer-Attacke, oder? Basti! Das ist nicht gefixt. Ich weiß, ich habe die neue Version. Oder? Doch, doch, ich habe die neue Version. Ich habe die neue Version, da bin ich mir zu 100% sicher. Aber der Angriff hat mich erwischt. Der Laser hat mich erwischt, obwohl ich an der Seite stand. Ich probiere das jetzt nochmal aus, bevor ich mich jetzt wieder verrückt mache. Aber ich glaube, der Laser hatte mich erwischt. Autsch. Öh. Wenn der nicht fair spielt, dann spiele ich auch nicht fair. Aber so sieht das aus, ne? Ich bin zu weit gekommen, um das jetzt schon wieder alles zu verlieren. Nö, 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 nö. Du bleibst dir an Ort und Stelle. Ja, vergieß es. Vergieß es. Ja, wüsst du was, dann mache ich den nächsten... Dieser, dieser Bug ist immer noch drin. Wirklich. Das war ein wirklich schwerer Gegner. Damit haben wir gewonnen. Nö. Ähm... Moment, Escape, um zu überspringen. Richtig. Ich bin mir definitiv sicher... Definitiv sicher... Dass ich die neue Version mir runtergeladen habe. Dass er mir die... Dass ich mir die geholt habe. Und dass ich da meinen Safe übernommen habe. Außer natürlich, weil ich da meinen Safe übernommen habe, ist dieser Bug immer noch da drin. Wäre aber blöd. So, Richter, Yoko, Dark und Melanie. Die... Eins, zwei, drei, vier. Mit diesen vier Charakteren würde es noch fehlen. Aber... Dann werde ich es jetzt so machen, meine Damen und Herren. Ich werde diesen Teil jetzt noch an die letzte Folge dran heften. Werdet ihr den besten nochmal anschreiben, dass da das nicht so geklappt hat mit dem Bug, weil ich meine... Wenn er mich jetzt... Treffen kann mit dem Laser, obwohl ich nicht mal in der Nähe stehe. Dann bin ich auch wirklich so frei. Und nutze auch seine Schwäche für meinen Sieg aus. Gell? Wenn das jetzt aufgehoben ist. Ich kann ihn zwar nicht stoppen, aber er kann mich mit dem Laser auch nicht immer so erwischen. Dann spiele ich auch wieder auf seinem Level. Ein Auge für ein Auge. Ein Zahn für ein Zahn. Ein Zeh für ein Zeh. Also dann. Dann darf ich ja nochmal sagen. Wenn Ihnen, meine Damen und Herren, dieses Video gefahren hat von Raygams Fighter X Edition, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sind es hoffe ich wieder bei der nächsten Ausgabe, wo das bitte dann behoben ist. Und dann geht es mit dem Rechter weiter, dem als Vampir geborener, als Vampir wieder geborener Vampirjäger, die Ironie. Also. Bis dahin. Ihr Drann und ich schau. I love the Nathanio. Tschüss. And goodbye. Bye. 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 Bye.